Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und zwar auf der Strecke, Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Ich begrüße euch heute auf dem RB27 10610 von Koblenz Hauptbahnhof nach Mönchengladbach Hauptbahnhof im Abschnitt Köln nach Köln-Ehrenfeld, also Köln Hauptbahnhof nach Köln-Ehrenfeld. Nicht viel Strecke, aber ich denke mal, wenn das Expansion-Pack das mitliefert, dann sollte man das auch mal zerfahren, ne? So. Ja, ich dachte mir, da steht Koblenz, muss ich mal fahren. Da drüben steht die S-Bahn, die werden wir auch noch in einer der nächsten Videos fahren. Da gibt es jetzt die S12 und ich glaube, das war es auch schon. Äh, RB27, mal schauen, ob es das gibt. Wenn die das jetzt nicht als Ziel gemacht haben, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, haben die natürlich nicht. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich kann jetzt ja nicht S-Bahn am Mönchengladbach oder so das Schilder. Ich bin ja an der RB27, ne? Das ist, glaube ich, ein gutes Foto. So, wir dürfen auch gleich abfahren. Wir machen schon mal die Türen zu. Jetzt, durch das Update sind auch Zielanzeigen. So. Die RB27 steht hier, aber kein Zuglauf. Schade. Sehr, sehr schade. Und dann noch nicht mal Zielanzeigen. So, dann dürfen wir auch los. Oh, ne, ich hätte mich gar nicht... Ich glaube, ich hätte mich gerade gar nicht befreien dürfen durch das HP2. Na ja. Jetzt ist es so spät. Hier sollten 40 sein. 60 sind es, okay. Ich drücke immer F3 aktuell statt F1. Durch, äh, und Leertaste. Durch den Trainsimilator die letzte Zeit ein bisschen bin ich wieder ein bisschen ungewöhnt. Und da rechts oben sehen wir auch das Flugzeug, welches wir relativ gleichmäßig verfolgen gerade. Augenscheinlich. Aber es ist ja viel schneller als wir. Aber da links sehen wir einige Züge in der Abstellung. Also mehr als damals, vor allem durch die Intercity-Wägen. Da schauen wir uns auch mal kurz hier. Ah, die S-Bahn kommt auch. Ja, hier stehen auf jeden Fall halt... Oh. Hier stehen halt jetzt auf jeden Fall ein paar Intercity-Wägen. Manchmal ist hier dieser komische Anzahlfehler. Aber hier seht ihr es. Alter. Alles voll mit Intercity-Wägen. Ich glaube, die S-Bahn sollte uns auch fast überholen. Ich weiß gar nicht, wie schnell die fahren darf da rechts. Ah, die fährt wohl ganz anders. Ah, zu spät gedrückt. Schade. Mehr auch ein schönes Foto geworden. Hier vielleicht nochmal. Ja, sehr, sehr schön. Ich mag den 425er. Wenn jetzt natürlich man noch Koblenz schildern könnte. Für den Rückläufer wäre es sehr schön. Geht leider nicht. Aber ich denke, das ist auch kein allzu großes Problem. Genau. Wenn ihr das Video seht. Ich nehme das heute am Releasetag auf. Ihr werdet diese Woche noch ein Video bekommen. Auch zum TSW, weil dieses Video so kurz ist. Aber auch ein kurzes Video. Und auch von diesem Expansion-Paket. Und damit eine Zwangsbremsung, weil wir zu schnell waren. Denn. Sie fragt euch, wieso sage ich euch das jetzt, dass ich das aufgenommen habe vor etwa einer halben Woche. Ganz einfach, weil ich aktuell weg bin. Ich bin aktuell in München, äh, nicht München, äh, nicht München, in Gamspanenkirchen. Und werde dort teilweise in der Nähe ein paar Pisten unsicher machen. Mit Skiern und, ja, bisschen Urlaub machen. Und da vorne müssen wir schon halten, genau. Dann rollen wir mal mit 45 ein. In Köln-Ährenfeld, wo wir jetzt auch Ende haben, würde ich sagen, genau. Gut. 500 Hertz. Ah, wir sind pünktlich, mit Zwangsbremsung. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Fenster war noch offen, okay. Ja, genau. Das war die wunderschöne Fahrt. Gibt schön Gold, finde ich super. Wir möchten zum freien Spiel zurückkehren. Ich möchte hier noch ein paar Fotos hier machen, nee. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt Drain Sim World 2. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Ciao. 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 Ciao.